Willkommen zum allerersten Warhammer-Hall-Video hier auf dem Hamster-Kanal, denn wer den Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein bisschen immer tiefer in das Hasenloch des Bemalens abdrifte, in dem ich schon früher vor 20 Jahren gewesen bin. Und nun ist es so wieder soweit. Hamster war beim Games Workshop in Stuttgart und hat sich eingedeckt. Und was ich mir ja eingedeckt habe, werdet ihr nun sehen, sowie meine Einschätzung dafür und was damit geplant ist. Falls ihr auch in letzter Zeit bei Games Workshop wart oder bei einem anderen Modellballaden, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was eure Projekte momentan sind. Der erste Punkt, den wir hier haben, den seht ihr direkt hier. Übrigens hier Doppel-Kamera-Setup. Ziemlich krass, oder? Das ist meine alte Webcam, die gerade dieses Video von dem Space Marine hier aufnimmt. Und andererseits meine neue Canon-Kamera, die mich aufnimmt und alle 30 Minuten leider in Standby schaltet. Dann gibt es einen Regenbogen. Ich hoffe, vom Gesicht her ist es vom Kontrast, von der Farbe her gut. Und je nachdem, was für ein Bildschirm ihr habt, kann das anders aussehen. Wenn ich aussehe wie ein Vampir, kurz Hinweis geben, dann werde ich an deren Farbeinstellungen arbeiten. Das hier ist mein allererster Space Marine, den ich tatsächlich vor einiger Zeit zusammen mit Udus 3D World bemalt habe. Er sollte eigentlich ein Ultramarine werden, aber irgendwie ist er dann zum Crimson Fist geworden. Noch nicht ganz fertig, meiner Meinung nach, aber ich bin schon mal ganz zufrieden mit dieser Version. Aber das ist nicht der Haul. Das ist nicht der Haul. Der Haul kommt jetzt. Also, was habe ich mir geholt? Erstmal, das Geilste aller Zeiten. Das Geilste aller Zeiten. Die offizielle Warhammer 40k Imperiums Ausgabe. Ich meine, das kann ich jetzt hier gar nicht wirklich auf dem großen Bildschirm zeigen, aber ich kann es auseinandernehmen. Das hier ist Warhammer 40k Imperium. Und was ist denn das? Das ist so, ich weiß nicht, wer früher Modellbau gemacht hat, kennt es vielleicht. Da konnte man sich so Magazine kaufen. Da hat man dann so abomäßig jede Woche oder jeden Monat was bekommen. Und das ist das hier auch. Allerdings kriegt ihr hier für 2,99 Euro in der ersten Ausgabe einen Necron Königswächter und einen Primaris Lieutenant als Kunststoffbau. Und sechs Würfel gibt es auch noch dazu. Für 2,99 Euro. Ansonsten muss man seinen Erstgeborenen opfern für ein Plastikmodell bei Games Workshop. Aber muss ich sagen, das ist schon ziemlich krass, was hier reinkommt in den ersten Haufen. Okay, das mit der Kamera muss ich noch ein kleines bisschen üben. Ja, aber das ist das erste Mal. Ich glaube, so ist es noch ein bisschen geschickter. So passt das viel, viel besser. Genau. Da haben wir also einen Primaris Lieutenant und einen Königswächter. Wenn man sich die einzelnen kaufen würde, würde man wahrscheinlich irgendwie mindestens 20 Euro Modell zahlen. Insofern und irgendein, so ein Heftchen ist auch noch drin. Ein Heftchen ist auch noch drin. Imperium. Also ich sehe schon, dass mit diesen Halls und wie man das richtig aufarbeitet, das Gare nicht so gut primär, Leute. Da muss ich auch nochmal drin. Schauen wir einmal, was hier in dieser Zeitschrift drin ist. Erstens, also ihr wisst ja alle, Warmer Plastik wird in Gold aufgewogen und Warmer Farben in Blut, Schweiß und Tränen. Deswegen also, ist nicht schlecht. Was war es da drin? Strategiespiele im 40. Jahrtausend. Wir haben hier, oh, Poster. Ein Hochglanzposter. Bisschen, bisschen Werbung. Äh, sammle, lies, bauen, bemale, spiele, okay. Ist da noch ein Poster drin oder ist das nur... Tatsächlich! Geiles Poster! Geiles Poster, ja. Okay, und das alles für 2,99 Euro. Sogar ein Spielfeld ist da dabei. Das ist ja super krass. Vielleicht kann man damit sogar spielen. Wow. Okay, also ich bin sehr beeindruckt. Imperialer Einsatzverband. Ramazos. Werde ich mir im Nachhinein noch ansehen. Aber das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis so ziemlich... Oh, sogar Bemal-Anleitung für die Miniaturen. So, äh... Noch irgendwas wie mit Werbung drin. Also ziemlich das Unglaublichste, was ich jemals von Games Workshop gesehen habe. Ziemlich krass. Außerdem hier ein Maßband, damit man weiß, was 1 Zoll ist. Herzlichen Dank. Damit, das ist Kulturexporte von Großbritannien. Vielleicht kriegen sie dann irgendwann den kulturellen Sieg. Das war jetzt eins. Erste. Oh, was gibt's noch? Warhammer Imperium. Ausgabe 2. 5,99 Euro. Ebenfalls. Ebenfalls geholt. Warum das? 5,99 Euro. Mittlerweile nicht mehr ganz so geil der Preis. Aber was ist da drin? Drei Necon-Krieger. Und... Base Rulon Brass. Als Farbe dabei. Und einen Pinsel sehe ich jetzt gerade auch noch. Pinsel ist auch noch drin. 5,99 Euro. Kostet bestimmt ansonsten 15 Euro oder so. Wenn man sich sowas als... Ne, Moment. Die Farbe kostet ja normalerweise wahrscheinlich schon 5 Euro. Drei Necon-Krieger. Okay. Jeweils pro Modell auch nochmal 5. Also, war ein super Angebot. Und ich will ja jetzt mal ein bisschen bemalen üben. Und deswegen habe ich mir dieses Ding geholt. Ein Heftchen liegt auch wieder bei. So. Und weil wir Teil 1 und 2 hatten. Teil 3 war auch noch dabei. Dark Imperium Ausgabe. Ne, nicht Dark Imperium. Warme 40.000 Imperium Ausgabe. Drei Bauteile Farbe. Und... Drei Sturm Interzessoren. Was ist denn alles in der Welt? Achtung. Eure Babys... Eure Babys werden daran ersticken, wenn ihr versucht, sie eure Miniaturen bemalen zu lassen. Drei Miniaturen Interzessoren. Also Sturm Space Marines. Wenn ihr den 10er Trupp Intercessors kauft. Ich glaube, der kostet euch von Games Workshop original 50 Euro. Und hier ist sogar auch nochmal wieder eine Farbe dabei. In dem Paket. Insofern. 10 Stück kostet 50 Euro. Einer kostet 5. 15. 15 plus 20 Euro. Normalerweise würde das normal... Also 20 Euro ungefähr bei Games Workshop kosten. Und ein Magazin ist auch noch dabei. Weil wir uns ein bisschen was über Space Marines und den Zusammenbau zeigen. Insofern. Das war ein No-Brainer. Für so einen Anfänger wie mich. Auf jeden Fall ideal, um wieder ein bisschen günstiger ins Hobby einzusteigen. Ich habe mir davor bei Ebay einen Trupp Primaris Intercessors geholt. Von jemandem, den ich nicht mehr haben wollte. Für 10 Euro weniger als beim Handel. Deswegen. Den gibt es jetzt auch schon. Mit dem kann ich auch anfangen. Und von da kommt auch jetzt hier dieser Crimson Fist Hair. Den ihr gerade schon seht. Den ihr bemalt seht. Hier gibt es auch noch einen zweiten. Oh. Das hier. Das ist mein Ultramarine. Den habe ich auf Block geklebt. Und den versucht ein bisschen mit Withering Farben anzumalen. Auch Work in Progress. Ich übe. Ich habe ehrlich gesagt mehr Spaß am Bemalen als am Spielen. Denn für mich ist das mehr so ein meditatives Bemalen-Hobby. Finde ich ganz cool. So. Das war das. Ähm. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Neben dem wollen wir noch andere Sachen anmalen. Ich habe ja gesagt. Bemalen. Das ist das, was ich am geilsten finde an dem ganzen Hobby. Wir haben Grey Sear Grey uns gekauft. Das Ding kostet. Ich habe hier den Kassenzettel dabei. 17 Euro. Schon irgendwie ziemlich viel für eine Sprühdose Farbe. Aber immerhin 400 Milliliter. Ob das ein guter Preis ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich wollte es mir auf jeden Fall mal holen. Weil ich vorhabe ein paar Marines in verschiedenen bunten Farben zu bemalen. Unter anderem im Stile von Imperial Fist. Beziehungsweise Angry Marines. Und deswegen habe ich mir hier die Kontrastfarbe Iandon Yellow gekauft. Zusammen mit Layer Aerial Yellow. Um das Ganze zu bemalen. Und dann eventuell entweder die Grey Sear Sprühdose oder das Base Wraith Bone. Hier im Hintergrund. Das sind dann die Farben zum Grundieren. Und dann kommt noch Iandon Yellow und Layer Aerial. Äh, diese zwei Farben hier dazu. Die Technical, damit wir gleich eine Farbe und eine Schattierung haben. Dann für die Highlights, für das Trockenbürsten ist Aerial, Iandon Yellow. Okay, das mit der Kamera, das in die Kamera halten, muss ich auf jeden Fall noch üben. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich weiß, gelb, schwierige Farbe zum Bemalen. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Und den Fortschritt. Eigentlich kann ich das auch hier direkt danach bemalen. Und das im Livestream machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Iandon Yellow, die Technical hier. Das Ding hat 6,30 Euro gekostet für 18 Milliliter. 18 Milliliter. Das ist, glaube ich, auch schon fast wieder Gold. Flüssiges Gold. Naja, so, drüber brauchst du ja nur einmal. Dann haben wir hier das Aerial Yellow. Was hat das gekostet? Das ist eine Standardfarbe, die kostet bei 3,60 Euro. Das geht eigentlich. Und dann haben wir unser Wraith... Wraithbone. Wo war das? Wraithbone. Da sind wir auch bei 3,60 Euro. Die Standardfarben mit 3,60 Euro. Okay. Und so viel dazu auch mein T-Shirt. Sollte ich mir kein gelbes anziehen? Der Greenscreen findet das nicht so sorglich gut. Es gibt auch noch weitere Farben, Leute. Weitere Farben. Wir machen erstmal die hier weg. Boom. 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 Okay. Das sind die Farben, die ich mir geholt habe. Gucken wir uns gleich mal an, was für Farben das sind. Einerseits für eine Nörgel-Kreatur. Warum Nörgel-Kreatur? Wenn ihr beim Stream gestern dabei gewesen seid, seht ihr hier im Hintergrund ein Nörgel-Terminator mit 2... Moment. Vielleicht kann ich das einmal ganz kurz zeigen hier auf dem rechten Bildschirm. Moment. Genau. Da wird der hier gemacht. Nörgel-Terminator mit 2 Mini-Guns. Und deswegen brauchten wir ein paar grüne Farben. Was haben wir da dabei? Wir haben eine Grundfarbe. Also als Grundfarbe können wir, denke ich, wieder entweder das Wraithbone oder das Greyseer grau nehmen. Oder alternativ immer uns schwarz, bin ich mir nicht so sicher. Dann machen wir mit der Base hier. Death Guard, also Death Guard wie die Legion, die Chaos Marine-Legion. Machen wir erstmal weiter. Dann können wir das Ganze schattieren mit Earthonian Camo Shade. Und dann kann das Ganze mit Technicals Nörgel-Rod noch ein bisschen verfeinert werden. Wenn wir hier Weiß und die Death Guard grün, wenn wir das mischen, dann kriegen wir bestimmt auch noch eine hübsche Highlights da mit raus oder zum Trockenbürsten. Für helleres Grün habe ich mir von woanders normale Acrylfarben geholt. Weil ich glaube, die Citadel sind ja auch alles Acrylfarben. Und da können wir mal probieren, wie hier diese verschiedenen Grüne eigentlich wirken. Ich bin da sehr gespannt. Es sind auch zugegeben, wie viele sind da drin? 20 Milliliter. In den Citadels sind insgesamt 12 Milliliter drin. Also ja, wenn ihr Budgetfarben wollt, ist es glaube ich geschickter, sich diese Creule oder andere Farbtypen zu holen. Die sind natürlich andere Farben, aber ich schätze mal, nachher auf dem Modell wird man es wahrscheinlich kaum merken. So, also das sind auf jeden Fall die Pläne für Nörgel. Und auch hier wieder die Standardfarben, kostet 3,60 Euro. Und diese Technical, da wurde gesagt, damit kann man schleimige Farben erzeugen. Die sind ein bisschen teurer, die kosten dann 6, wo ist es? Wo haben wir die Farbe hier? Wo ist denn das? Nörgelstrott? 3,60 Euro. Oh ne, die war gar nicht so teuer. Nörgelstrott war nur 3,60 Euro. Okay. So, dann haben wir die grünen Farben. Auch weg. Weiter geht's mit Base Caliban Blue, Leute. Äh, Case Caliban Green. Ihr wisst, ich habe ja gesagt, ich will verschiedene Sachen ausprobieren. Deswegen haben wir hier eine Caliban Grünfarbe, die wir einerseits für Dark Angels verwenden werden und andererseits für Salamanders. Werden wir da mal Varianten machen. Die Dark Angels werden ja eher dann basierend auf dem Caliban Grün dann weiter dunkler. und die Salamanders werden eher dann heller gemacht, äh, basierend auf dem Caliban Grün. Äh, kommen die Farben eigentlich hier gut raus? Ich habe das Gefühl, in der Realität wirken diese Farben viel heller als im Video. Aber okay. Das kann natürlich auch immer am Bildschirm liegen, wie die, wie das Ganze hier rauskommt. Auch das Caliban Grün 3,60 Euro. Das haben wir noch. Ähm, dann haben wir nochmal eine Kontrastfarbe uns geholt für Leder, weil ich habe noch eine ganze Menge More Time Miniaturen aus der Vorzeit von vor 20 Jahren. Und da wurde mir ein Tipp gegeben, wie man die Farben von den Plastikmodellen wieder abmachen kann. Und dann möchte ich gerade so Sachen wie Lederhosen und so im Bayern-Style mit dieser Kontrastfarbe Snakebite Leather anmalen. Das ist da der Plan. Die Modelle, äh, werde ich euch dann auch in einem späteren Video zeigen. Ihr seht ja, hier im Hintergrund sind ein paar Modelle, die wir angemalt haben. Diese Snakebite Leather 18ml hat 6,30 Euro kostet. Die sind schon recht knackig. Was haben wir noch? Dann haben wir eine Kontrastfarbe Flash T-Ress Red und eine technische Martian Ironcrust haben wir uns geholt. Warum? Einfach um ein bisschen Erfahrung damit zu sammeln. Eine Fleischschneider-Rotfarbe für Nörgel-Eingederne und auch um ein bisschen, ja, Blut fangen wir erzeugen zu können. Geht ein bisschen in die violette Farbe. Und diese technische Martian Ironcrust soll wohl, wenn man sie, wenn man da irgendwo drauf malt, so den Effekt bekommt, dass es eine Kruste bildet. In den, ja, oft zum Beispiel für die Base oder vielleicht getrocknetes Blut in den Stil gehen. Ich werde berichten. Und ich glaube, das machen wir direkt hier, hier am Tisch, weil das ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe nicht erwartet, dass es tatsächlich so doch halbwegs gut von der Auflösung ist und auch von der Schärfe funktioniert. Also, soweit bin ich ganz glücklich da mit dem Zustand. Das Flash Tira Red hat, wo war das hier, Kontrastfarbe, die ist bei 6,30 Euro. Und diese Technical Martian Ironcrust, die ist, wo sind die, Martian Ironcrust, 6,30 Euro ebenfalls. Die Technicals, die sind ein kleines bisschen teurer. Aber, ah ja, und dann habe ich noch einen Pink von einem Konkurrenzverein. Auch wieder Creul, Acryl, Mattfarbe, Pink. Damit können wir zum Beispiel Eingeweide oder Wunden trockenbürsten oder ein bisschen akzentuieren. Weiß nicht mehr, ich glaube, die hat auch 2,40 Euro oder 1,90 Euro gekostet für deutlich mehr Farbe. Also, wenn die nachher äquivalent sind, dann muss Games Workshop aufpassen, dass man ihre normalen Farben noch kauft. Wobei, die normalen Farben sind ja auch schon mal deutlich günstiger. Aber deswegen müssen sie ja die Technicals entwickeln, damit die halt geil sind. Und auch ein Unique Selling Point haben. So, dann daneben hat uns der freundliche Verkäufer an dem Games Workshop, weil er Bock hatte, dass Hamster und Hamstermama ins Hobby einsteigen, uns auch noch 2 Miniaturen geschenkt. Sehr geil, sehr geil, muss ich sagen. Der Hamster hat einen Primaris bekommen. Den hat er sich auch gewünscht. Und den können wir noch zusammenbauen. Und die Hamstermama wollte gerne einen Stormcast Eternal haben. Und die werden wir dann auch live zusammenbauen. Vielleicht nicht unbedingt live zusammenbauen, aber Hamstermama macht ihr das wahrscheinlich offline. Aber ich werde meine dann hier vor der Kamera mit euch bemalen. Das wird ziemlich cool, freue mich drauf, wenn das gut funktioniert. Hat auch so ein Speer hier dabei. Ja, oder eine helle Barde, die ihr hier oben seht. Die Lieblingswaffe des Sturmratten, wissen wir ja alle. Auch seine Rüst ist ein Space Marine in Fantasy. So, und soviel dazu. Also herzlichen Dank da an den Partner, der uns das gegeben hat. So, soviel zum Haul. Pinsel haben wir uns auch eine Menge geholt. Ich habe mir auch so ein Pinsel-Etui geholt, weil ich keine Lust habe, dass mir meine Pinsel die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend fallen. Ob das jetzt hier ein gutes Etui ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind die Pinsel erstmal gesichert. Das ist nicht alles, was ich habe. Jetzt zeige ich euch mal meine bisherige Ausrüstung. Ich bin ja noch Anfänger, aber ich habe hier allein noch ein Bemalset. Das Standardbemalset von Citadel. Das heißt, wir haben noch eine ganze Reihe von anderen Farben. Das Einzige, was ich nicht bekommen habe, war unglücklicherweise Nullen Oil. Das gab es leider nicht. Das muss ich mir nochmal separat holen. Okay, das ist meine schöne Lunchbox. Farben sollen ja, wurden mir gesagt, auf den Kopf gelagert werden, damit sie nicht so stark austrocknen, weil dort nämlich dann die Farbe, die direkt die Grenze zwischen Decke und Boden verstopft und dort klebt. Und dann trocknet die Stelle aus und dann trocknet den Rest nicht mehr so schnell aus, weil ja dann schon eine Schicht entstanden ist. Was haben wir noch? Wir haben hier einen Gundam, den habe ich in Japan gekauft, mittlerweile auch schon zusammengebaut. Können wir bei einer anderen Gelegenheit mal uns ansehen. Das ist auch ganz cool. Und hier ist dann mein Primaris-Trupp. Der ist noch nicht angemalt, der ist noch nicht zusammengebaut. Machen wir dann auch noch. Aber ich bin sehr froh, trotz dass uns der Games Workshop-Verkäufer auch nochmal diese anderen Figuren gegeben hat. Dann können wir einfach ein bisschen mehr rumprobieren. Freue mich sehr drauf. Freue mich sehr drauf. Vor allem das mit euch auch vielleicht im Chat live zu machen. Das kann sehr interessant werden. Dann haben wir hier hinten Dark Elder Streitnacht. Hier, wo Dark Elder Drach Streitnacht draufsteht, ist keine Dark Elder Streitnacht drauf. Wer weiß, wann das rausgekommen ist. Sondern hier sind noch ein paar Bits und Bytes aus meiner Zeit, als ich ein junger Hamster war. Da sind dann unter anderem auch meine Motei-Modelle drin. Guckt es euch mal an. Ha! Also ich meine, so gut kann man sie nicht sehen. Muss sie ein bisschen mehr in die Kamera halten. Aber die können auf jeden Fall mal einerseits Abstauben vertragen. Und zweitens eine neue Farbschicht. Ich habe nicht mal ihre Bases angemalt damals. Die sehen schon ziemlich kacke aus. Nach meinen heutigen Standards, glaube ich. Das würde ich heutzutage besser machen. Aber damals gab es weder die Farben, glaube ich, noch gab es die... Ja, da ist auch ein Jüngling. Der ist Metall! Ein Metall-Jüngling. Oh, oder? Der ist so schwer. Der ist bestimmt aus Metall. Der ist auch ein Korb. Warum hat er einen Korb? Heutzutage sind die ja eher Folter-Kreaturen. Damals haben die noch Körbe gehabt. Lustigerweise. Ich glaube, Skaven haben wir auch noch irgendwo. Und Mordheim spielen wir dann für... Ich habe auch noch ein paar Tyraniden hier. Der hat keine Arme mehr, aber immerhin noch irgendwas. Hier ist auch noch ein alter Schwarm-Tyran. Die sehen mittlerweile deutlich besser aus. Äh, der Arm liegt auch noch irgendwo rum. Aber den gab es. Ich habe auch noch Echsen-Menschen. Och, der hat keine Waffe mehr. Das sind meine Rätsel, wo die herkommen. Sie haben noch diese Echsen-Menschen da. Die alten Figuren, die es damals gab mit den Bases Warmer Fantasy. Davon ist man ja mittlerweile abgerückt. So. Oh ja, und dann Bee-Hander. Ich frage mich, ob der damals schon ein Ramsch gewesen ist. Wie die Bee-Hander. Jetzt bei Toloro Hammer. Oh, ich habe hier außerdem noch ein paar nicht zusammengebaute Dark Elder, mit denen wir dann auch noch rumspielen können. Also es steht viel an. Ich zeige euch mal, was momentan gemacht worden ist und was jetzt erstmal ansteht. Also erstmal steht an, den Nurgle Marine zu bemalen mit unseren grünen Farben. Dann steht an, dass wir unsere, einmal den gelben Space Marine, Imperial Fist Style oder Angry Marine Style anmalen. Und dann werden wir, ja, mal gucken, was eigentlich passiert. Dann machen wir was rot, dann machen wir was grün. Und ich glaube, wir müssen noch mehr reinzoomen nach, in der Spät in der Zukunft, damit diese Figuren noch ein kleines bisschen besser rauskommen. Der gefällt mir richtig gut. Was haben wir da mal gemacht? Ich glaube, ich habe mit Magrash Blue drüber gemalt und dann geinkt mit Nightshade Blue. Und dann ist er ein Crimson Fist gewesen. Und dann musste ich in meiner Verzweiflung seine Hand rot machen, weil er so dunkel gewesen ist. Aber im Laden wurde mir gesagt, hey, das ist schon der richtige Weg. Aber irgendwie kommt er mir doch etwas zu dunkel vor, oder? Ah, bin mir nicht so ganz sicher. Es geht eigentlich, es geht. Dann haben wir hier einen anderen Ultramarine. Ihr seht, der sieht noch ein kleines bisschen älter aus. Aber der ist im gleichen Stil. Der hat hier sogar ein U für das Ultramarine. Auch genau gleich mit Magrash Blue und der Nightshade Wash drüber gehauen. Die alten, ihr seht, die alten sehen irgendwie aus wie Schlümpfe, habe ich das Gefühl. Mit diesen relativ dicken Beinchen, wie sie da stehen. Also mir gefallen die neuen. Also Lore mal ganz außen vor. Da scheiden sich ja die Welten, was gut angesehen wird und was schlecht angesehen wird. Was den Leuten gefällt und was nicht. Ich meine, das muss ja entwickeln. Aber rein vom Stil her finde ich die neuen Modelle schon deutlich dynamischer als die alten. Okay, klar, das ist jetzt ein ganz alter Style hier, der hier. Aber abgesehen davon, ja, sind die alten schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Dann haben wir hinten noch ein Hubble. Hubble the Rock. Der ist jetzt nicht von Warmer, der ist von Dark Souls. Da habe ich mir einen Siegmeyer auf Katarina mal gekauft, als richtig großes Modell. Sieht ziemlich geil aus. Und den hier gab es dazu. Den werde ich auch noch trockenbürsten. Dann haben wir hier ein selbstgemachtes Elder-Modell. Mal in allen möglichen Dark Elder-Modellen. Den habe ich auch mal mit irgendwie Putti oder was weiß ich. Das war eine neue Pose gebracht, damit er so rennt. Lustige Sache. Und das gleiche mit der Groteske. Und das gleiche hier mit dem anderen Dark Elder. Da habe ich mich mal ein bisschen mit Weiß versucht. Aber war ich noch nicht so glücklich damit. Aber die Pose fand ich cool. Die wir hier erzeugt haben. Die stehen ja normalerweise, ehrlich gesagt, ein bisschen blockig da. Normalerweise die Figürchen. Und hier sind noch ein paar Sororitas. Die hat Hamsternama angemalt. Hier sind noch ein paar andere Inquisitor-Style hier hinten. Ziemlich cooles Zeug. Und wenn euch das hier gefallen hat. Und wenn ihr Bemal-Videos sehen wollt. Und Bemal-Streams. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann zeige ich euch vielleicht sogar mal eine Dark Elder-Streitmacht. Und wir werden sehen, wie unsere Space Marines. Wie unsere Death-Watch-Team. Noch nicht in schwarz. Aber in allen möglichen Ordensfarben. Langsam aber sicher wächst. Und vielleicht kriegen wir auch Grey Knights und anderes. Was ist eure Lieblingsorden? Schreibt es mir in die Kommentare. Beenden wir das Ganze hier mit diesem Space Marine. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Oh hell the mighty He's arising from the deep Great tats of sails and incredible tales We're caught in endless seas Was ist er apa? Who the? We're caught in首相 We're caught in longue libration.